Wir befinden uns hier in der Stauffenberg Erinnerungsstätte, einer Außenstelle des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg im Alten Schloss in Stuttgart. Die Erinnerungsstätte ist den Brüdern Berthold Graf Stauffenberg und Klaus Graf Stauffenberg gewidmet, die hier im Alten Schloss aufgewachsen sind und im Widerstand gegen den Nationalsozialismus ihr Leben ließen. Mein Lieblingsobjekt ist dieser Ehrensäbel, den Klaus Graf Stauffenberg als bester Kavallerist seines Offiziersjahrgangs 1929 erhielt. Diese Waffe trug er zu feierlichen Anlässen, wie zum Beispiel mit Uniform und Stahlhelm, zu seiner Hochzeit in Nina von Märchenfeld im Jahr 1933. Der Säbel ging an den Kriegswehren der Familie vorerst verloren. Erst 1999 erhielt die Witwe Klaus Graf Stauffenbergs den Säbel zurück. Ich habe den Ehrensäbel als Lieblingsobjekt ausgewählt, da er für mich folgende Dinge besonders gut veranschaulicht. Er steht als einzige Waffe, die wir hier zeigen, für die kriegerische erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Außerdem steht er für den Offizier Stauffenberg, der als überzeugter Soldat unter militärischem Gehorsam gedient hatte. Doch trotzdem und trotz seines Führereids hörte Klaus Graf Stauffenberg auf sein Gewissen und verübte das Attentat gegen Hitler.